Dieser Film zeigt die Geschichte der Reformpädagogik und gibt eine Übersicht über wichtige Namen und Ideen. Reformpädagogik ist der Ansatz, Pädagogik vom Kind auszudenken. Aber seit wann nimmt man Kinder eigentlich als solche wahr? Nach Philipp Ariès ist dies eine Errungenschaft der Neuzeit. Im Mittelalter und davor habe man Kinder lediglich als kleine Erwachsene gesehen. Ariès gilt heute als gründlich widerlegt. Im Mittelalter hatte man zwar keine Kinderkleidchen und Spielplätze, aber durchaus eine Vorstellung, was Kinder sind. Lloyd de Moos schlägt hingegen eine stufenweise Entwicklung des immer sorgsameren Umgangs mit Kindern vor. In frühen Gesellschaften wie Rom oder Griechenland war es normal, Kinder zu töten oder auszusetzen. In modernen Gesellschaften genießen Kinder zunehmend Schutz, auch da wir wissen, wie wichtig eine gute Kindheit für die Entwicklung eines Menschen ist. Wann beginnt die Reformpädagogik? Um 1530 zeigte François Rabelais an seinen Romanfiguren auf, dass Unterricht durch Anschauung dem Auswendiglernen unendlich überlegen sei. Um 1630 begründete Comenius mit seinen Schriften sowohl die Reformpädagogik als auch die moderne Pädagogik an sich. Comenius führte unter anderem die Begriffe Didaktik für die Lehre vom Unterrichten und Mathetik für die Lehre vom Lernen ein. Jean-Jacques Rousseau's Motto war Zurück zur Natur. Kinder werden nicht in die Gesellschaft eingegliedert, sondern vor ihr beschützt. In seinem Roman nimmt das leicht wahnhafte Züge an. Alle Erfahrungen werden durch einen Hauslehrer vermittelt. Kontakt zu anderen Kindern oder zur Literatur gibt es nicht. Gelesen wird nur Robinson Crusoe. Johann Heinrich Pestalozzi entwickelte enorm viele pädagogische Konzepte und gilt als Gründer der modernen Sozialpädagogik. Er propagierte eine gute Elementarbildung mit Kopf, Hand und Herz, damit die Kinder ein gutes Fundament für die weitere Entwicklung hatten. Er lehnte Schulnoten ab, setzte sich für Volksbildung wie auch intensiven Einbezug der Eltern und des Elternhauses ein, hatte ein finanzielles und organisatorisches Chaos und die Kinder hatten 60 Stunden Unterricht pro Woche. Friedrich Fröbel ist der Erfinder des Kindergartens. Er legte nicht nur Wert auf die Wichtigkeit der Kindheit, sondern entwickelte auch pädagogische Konzepte, wie man Kinder durch Spiel und Anschauung fördert. Viele seiner Ideen sind noch heute in Gebrauch. Für John Dewey ist Demokratie das oberste Gut und soll in allen Lebensbereichen auch in der Schule umgesetzt werden, insbesondere über Projektarbeit. Seine Pädagogik baut auf Anschauung, selbstständigen Planen und Erfahrung. Maria Montessori studierte als eine der ersten Frauen Naturwissenschaften und Medizin. Sie beschäftigte sich mit der Erziehung von geistig behinderten Kindern und nach einem weiteren Studium in Anthropologie und Pädagogik auch mit sozial schwachen Kindern ohne Behinderung. In ihren Kinderhäusern führte sie offenen Unterricht ein und entwickelte dafür vielfältige Materialien. Ihr Motto war, hilf mir, es selbst zu tun, da sie sicher war, dass Kinder lernen wollen. Die Schwedin Ellen Kay brachte mit ihrem Werk »Das Jahrhundert des Kindes« viele moderne Ideen in die öffentliche Diskussion. Gleichberechtigung, staatlicher Schutz und staatliche Unterstützung von Kindern und Familien, Abschaffung von Körperstrafe und Noten. Daneben auch Dinge, die wir heute nicht vertreten würden, wie Rassenhygiene. Janusz Korczak war ein polnischer Arzt, Autor und Pädagoge. Er setzte sich für die Würde und Rechte der Kinder ein. Er starb im Holocaust, als er die Kinder aus seinem Waisenhaus ins Vernichtungslager begleitete. Der Schotte Alexander Sutherland Neal gilt als Begründer der anti-autoritären Erziehung, was allerdings sehr viel komplexer ist, als einfach das Kind alles machen lassen. Immerhin, in seinen Summerhill-Schulen dürfen Kinder selbst entscheiden, ob und wie lange sie am Unterricht teilnehmen wollen. Célestin Frenne fasste in der sogenannten Frenne-Pädagogik viele reformpädagogische Konzepte zu einem Ganzen zusammen. Ein wichtiger Aspekt ist die Schuldruckerei, welche sein Anliegen einer selbstverantworteten, kritischen, freien Gemeinschaft unterstützt. Peter Petersen begründete das altersgemischte Lernen, die Wochenplanarbeit und die Selbstbeurteilung durch die Schülerinnen und Schüler. Sein Konzept ist heute als Jena-Plan bekannt. Petersen vertrat später recht krasse Nazi-Ideen und setzte gleichzeitig eine humane Schulpraxis um, die auch jüdische Kinder und Kinder mit Behinderung umfasste. Zusammengefasst, die Reformpädagogik ist nicht eine Strömung, eine zeitliche Periode oder eine Gegenbewegung, sondern eine dauernde Begleiterin des pädagogischen Fortschritts und Grundlage von fast allem, was wir heute als modernen Unterricht ansehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017